heule was geht ab leute hong hier es ist samstagabend heute kam überraschenderweise growdown es wurde gestern abend angekündigt was das amt schon fast in der nacht und dann kam er heute ich dachte echt für eine weile dass wir eine pause haben von 5er raids und legendären jetzt nach hoho dachte so eine woche oder so bis zum möglichen weihnachtsevent oder ende des jahres aber bam wir haben direkt growdown rausgehauen wir haben ihn im trailer gesehen ich habe natürlich bereits gemacht kann ich jetzt schon sagen leider kein guter dabei ich wurde wieder fleißig markiert auch schon wieder party direkt ein hunderter gefangen haben glückwunsch an euch immer reden wir über paar infos über growdown als erstes natürlich was gut gegen ihn ist pflanze wasser und eis wasser ihr wisst bescheid garados der neue beste wasserangreifer ihr habt im video letztens gesehen wohl nur noch so weit noch mal geschafft noch mal geschafft noch mal probiert unendlich geschafft dank kaskade ist gar das jetzt zu kass dann natürlich akkana weiterhin und pflanze dieser flor kokowai mit solarstrahl ihr wisst ich liebe solarstrahl dann eis naja eis ist eigentlich irrelevant vielleicht aktus wenn ihr einen guten habt jetzt kommen wir zu den erwis jetzt sehr interessant wegen dem wetter bonus muss man immer auf zwei erwis achten einmal für level 20 und einmal für 25 wobei der ein wetter bonus bekommt bei sonnig und klaren wetter was momentan in münchenecht oder in deutschland nicht passieren wird bei dem wetter ist sogar eigentlich weltuntergang wenn das nicht um und sowas auf jeden fall auf level 20 ohne boost 23 28 100 prozent auf level 25 29 10 dann wenn ihr einen habt und den auf max push dann kommt er über 4000 was schon richtig geil ist das kann man nicht saftig nennt ansonsten ist grund dafür monat und das habe ich glaube schon angeblendet bis zum 15 januar mal schauen was danach bekommt aber das dann im nächsten jahr da machen wir uns erst in dem monat darüber gedanken und natürlich neue red boss neue box endlich will geld machen es gibt wieder eine box diesmal nur eine mit red pesten drin gespart hat 120 box kostet 480 und da sind 6 red feste drin also ist es auf jeden fall schon mal um 120 gold billiger als wenn ihr einfach so sechs redpässe kaufen würde dann sind halt auch noch sein aner werden drin was aber eher ergeland ist und dann auch noch fünf mal rauch netter bonus vor allem für mich und die streams kann ich ab und zu immer drauf zünden das wollen die zuschauer immer also ich werde mir auf jeden fall ein paar boxen gönnen und kollege von mir link ist unten in der beschreibung pokémon go jimmy guter kollege aus der schweiz ein konkurrent war so verrückt und hat sich für 14.800 goldmünzen so viele boxen gekauft wie es nur geht richtig kanker typ mal schauen was er damit vor hat ich habe angst als mein konkurrent mache ich mir auf jeden fall sehr große sorgen aber das war es eigentlich ich muss jetzt weiter zur purge gestern ab heute wieder purge morgen wahrscheinlich auch purge ergebnisse seht ihr demnächst und jetzt seht ihr noch die ergebnisse von den golden rails so 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 so